Und damit herzlich willkommen zu Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 im letzten Part haben wir, was haben wir dann nochmal gemacht, wir sind den Spinnen gefolgt, genau. Und heute folgen wir wohl Gildewi Lockhart. So, oder den fast kopflosen Nick, den folgen wir natürlich auch. Boah, mir ist echt warm, Leute, auch wenn wir gerade 9.04 Uhr haben. Ich hab ein bisschen zu lange geschlafen tatsächlich, obwohl ich eigentlich relativ früh im Bett war. Aber, naja. Naja, wer weiß wieso, ne? Äh, hallo? Gildewi, wie, Sie können doch jetzt nicht einfach abhauen, wenn es Sie gefährlich wird. Sie sind doch ein Held. Ich ein Held? Oh, ja, in der Tat. Ne, ich hab leider andere Verpflichtungen. Ich geh jetzt. Tschüss. Und ihr könnt mich nicht aufhalten. Okay, ich hab verloren. La, 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 la. So, hierher. Hier, Lockhart. Hier geht's zur Kammer des Schreckens. Oh, ich will da nicht rein. Können wir nicht woanders hin? Nein, können wir nicht, Lockhart. So. Jetzt kommen wir auch das erste Mal hier hin. Äh, da oben ist so ein Dingi. Möchte ich mal anmachen. Gibt das Punkte? Ne, okay. Das war also lächerlich. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Wissenlich schön. Ping, 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 ping. Geht das mal mehr, doch nicht? Ne, okay. So, das ist da oben. Mal gucken. Oder erst da unten. Ob ihr das gebrauchen könnt. Aber du gehst aber weit. Dankeschön, das hat gar nichts gebracht. Ich hoffe, dass ihr bringt etwas mehr. Und, und? Und wie? Und wie? Ja, dann wäre ich auch sauer, Harry. Ganz ehrlich. Lächerlich hier. So, wir machen nochmal den Lichter her. Damit wir auch mal sehen. Und jetzt. Was geht mir los? Ah, danke schön. Müssen wir aber erst mal das reparieren, glaube ich. Hallo, Mauli. Hi. Äh. Ich weiß nicht, was du hast. Aber wie geht das da oben? Wie kriegt man das da runter? Frau Mauli. Hier ist irgendwas. Man kann das irgendwie runterschieben. Mal gucken, mal gucken. Wir gehen mal hier nochmal weiter. Was ist hier mit? Ein Mülleimer. Okay. Cool. Cool. Äh. Okay, wenn wir die Ratte haben, ne? Aber, verstehe doch nicht ganz. Wie das jetzt gehen soll. Äh. Wo wissen wir hier? Och Mann. Ich weiß nicht. Die Taste. Da. Genau. Krätze, bitte. Hä? Ich stelle an die Krätze. Äh. Da. Krätze. Geh du mal hier hoch. Machen die anderen was? Oder was los? Ich komme ja hier nicht vorbei. Ah, er kann das. Wie konnte ich das gerade nicht? Das fühle ich aber hier ein bisschen frech. Hast du mit Harry probiert? Er konnte das nicht. Ist das zu schlecht für sowas oder was? Lächerlich. Lächerlich. Ich komme hier nicht rein. Ah, doch. Ich bräuchte... Lumos. So. Sehr schön. Ach, das hätte ich mir nicht mehr machen müssen. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Okay. Dings, die Bums hast du nicht, ne? Ne. Okay, okay. Dann gehe ich wieder hoch. So. Aber da... Da komme ich doch nicht weiter. Ach. Oh Gott. Ich bin blind. Das habe ich nicht gesehen. Mann. Oh, warte mal. Ich muss hier wieder Lumos. Lumos soll am auspacken. Jetzt ist mir niemand. Okay. Du kannst das hier... Ach, da oben hätte ich liegen müssen. Okay. Sehr schön. Dann... Krätzi, du darfst wieder... ...herumkretzen. Boah, Leute, ey. Das war jetzt hier mal wieder was. Ich glaube, der Part wird ein bisschen länger, ne? Weil... Ich glaube, das ist schon der letzte Part von... Der kann man erschrecken zumindest. Ohne Quitte. Okay. Ach man, ich drücke mal in den Faschenklop. Hallo. Danke. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst, wo er ist. Im Mülleimer. Bin mir nicht sicher. Ne. Wo ist der Zige gelaufen? Ich hätte ja gesagt, da, aber... Irgendwie... Weiß ich's nicht. Falls es überhaupt wichtig ist. Keine Ahnung. Ich gehe mal zurück. Kann ich hier raus was machen? Ja. Ach so ein Stamper? Ne. Jetzt doch. Okay. Aber wofür? Hopf, flopf, hopf. Da geht schon mal nichts kaputt. Wofür brauche ich das denn jetzt? Ist irgendwas übersehen? Bin ich irgendwie bekloppt? Dumm. Oder muss ich hier drauf? Ja. Okay. Sehr schön. Neue Teile. Ah. Jetzt kann ich sie zusammenbasteln. Sehr schön. Keine Ahnung, wo der Frosch hingehüpft ist, ey. Ich hätte mir bestimmt einen goldenen Stein gegeben, wenn ich den abgeschlossen hätte. Aber One stand im Weg. Das war nicht nett, One. Das, das verzeige ich dir nie. Okay, hi. Und jetzt müssen wir da runter. Ich hoffe, es ist nicht so dunkel. Okay, dann tschüss. Ui. Ah. Das ist aber nicht die Teufelschling. Ach. Das war erster Teil. Ups. Oh, hier ist ein Hut. Na komm. Retten wir den. Klein. 1 von 4. Okay, okay. Müssen wir also retten. Das gibt mir nichts. Okay. Oh Gott, ich wollte jetzt hier nicht runterlaufen. Ich wollte mal gucken, wie weit es geht. Hier haben wir noch, äh, Blumosule. Oh, weg damit. Da auch. Ja, ja, hier. Pushy, putsch. Und weg damit. Ach, das kann man gar nicht benutzen. Ja, das ist doch schön zu wissen, oder? Und da ist irgendwie ein Tentakel. Achso. Den brauche ich dafür. Okay. Dann. Ab in den Arsch. Sehr schön. Der schenkt uns dafür Teile. Das finde ich nett. Oh, mal gucken, mal gucken, was das jetzt hier ist. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Kann ich hier alles rein? Ja. So, holen wir nehmen dieses Zeug hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. In einem fremden Ding. Ah. Da kommen wir ja gleich hoch. Ich darf erstmal noch hier hin. Ah, sehr schön. Ah, da, 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 da. Hier lässt auch noch was. Ah, noch ein Skelett-Typ. Sehr schön. Ah, hier ist auch direkt nur eins. Und oben. Okay, dann haben wir die vier. Gleich. Sehr gut. Äh, hier müsste ich aber nochmal mit Lumos Zulem rein. Hallo? Mein Gott, ey, die haben mir einfach Schaden gemacht. Sind die frech. Frech, frech, frech. Frecher geht's gar nicht. Bist du hier? Ah, ne Brücke. Also gleich irgendwann ne Brücke. Okay. Sehr schön. Dann können wir weitergehen. Ist das auch ein Ding? Achso, ne, das war der vom anderen Ding. So, einmal hoch. Dankeschön, Gildewi. Oh, ach, Mann, ey. Woher bist du denn jetzt hier? Da. Bitteschön. Ne, hier. Geht kaputt. Geht kaputt. Hallo? Ah, da. Sehr schön. Oh, Gott, jetzt muss ich den Sprung erschaffen, oder was? Ah, ne, er holt mir das. Oh, das ist aber nett. Ne, holt er nicht, glaub ich. Ah, ist was gefunden? Äh. Danke. Oh, 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 oh. Aua. Also was, ich greif euch so an, okay? Okay, doch nicht. Ich zauber erst mal. Und dann ergreif ich euch an. Hä, wieso ist Harry denn jetzt hier? Ist er auch wieder. Lächerlich. Ich dachte gerade schon, das Ding, das schiebt mich gleich in den Abgrund. Naja, okay. Hui. Aber das hat man geschafft. Sehr schön. Äh. Oh Gott. Da geht's nicht weiter. Okay. Dann brauche ich wohl den... Äh, äh, den Gildewy. Was kannst du denn hier überhaupt machen? Außer das kannst du auch nichts machen. Wenn ich das gerade so sehe. Was ist das denn hier? Das ist ne Schlange. Ja. Das, das, das sehe ich auch. Ach, hier. Oh, nee. Okay. Okay. Okay, und jetzt? Achso, da ist Dings. Blumos Solem, bitte. Sehr schön. Hier auch. Oh, und jetzt? Oh, mein Gott, ey. Du stehst mich denn heute so zu blöd an. Aber ich habe auch keine Ahnung. Muss ich hier rein? Oh, ja. Leute, Leute. Okay, die anderen, die wollen nicht hoch. Dann gehe ich alleine weiter. Wie, ja, ah. Oh. Ha, ich hab dich. Bah, ah, 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 ah. Ah, 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 ah Okay, okay. Ah, Auge! Auge! Kommst du hier mal gegen? Oh, Aua. Ja. Danke, Aua. Hat das mir was gebracht? Nee, ne? Irgendwie nicht. Ah, warte, ich brauche nur los. Warte, hier einmal bitte. Au, au, nein. Komm mal hier gegen, bitte. Aua. Danke, Aua. Was ist das denn jetzt hier? Ich erkenne das so schlecht. Ah, hier. Sehr schön, einen haben wir. Dann klappen wir uns mal direkt und laufen, laufen, laufen. Und drei damit. So. Sehr gut. Äh, hier haben wir nochmal irgendwas. Boah, der fühlt mich nicht hier. Da bist du, da rein. Danke. Und, okay, dafür brauchen wir den Trank. Damit kann ich nichts machen. Oh, ups. Sorry. Geh mal hier rein und gucken mal, was da passiert. Äh, hehh, 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 hehh. hat echt nicht mehr ich kann hier mit dem hinteren kann ich das wahrscheinlich auch machen so reiner mit ja ja schlangen lassen sie mich mal bitte danke okay da habe ich sehr schön aber und reiner welt und trinken zack 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 hier ach ich bin so stark so weglaufen schnee weg hier und öffnen ja ja fag gut gemacht vogelschirn sehr sehr gut gemacht jetzt ist die schlange nämlich aufblend wie ich kann da oben nichts machen ne ok der will das nicht äh ich frage jetzt wie ich da hochkomme von der anderen seite wahrscheinlich ne was ist der denn jetzt hier ich habe keine ahnung da habe ich gerade keine ahnung was der da jetzt gemacht hat so wir können hier was zaubern was ist das denn jetzt hier ok ja sehr schön ach so ach so ah ok das das weiß ich nicht habe ich ein sendy oder sowas oder lumos vielleicht bin ich das ja was ne ne ich bin ja muss hin die die kannst du hier rein auch nicht ne äh ja gut so lumos oh lumos lumos kannst du auch schon das ist natürlich sehr schön hier 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 kann ich doch was machen ok äh äh toll danke ah ich kann jetzt hier hin ok so da ja und das bringt was das 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 ist das 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 ist da Ist das eine Treppe? Ich glaub nicht. Ah, hallo? Oh? Oh, ein Schwerti. Oh, das nehmen wir jetzt. Okay, okay, ich komm nicht näher dran. Aber was? Oh Leute, ne? Achso, ich muss da rein. Okay, okay. Dahin denn? Dahin? So. Mach mal. Sehr schön. Oh Leute, das war ein Kampf. Oh Harry, ich liebe dich. Oh. Ah. Ah, Aua. Hm? Hm. Ha. Ha, 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 ha. Ja, ja, ja. Basilistenzahn, den hab ich jetzt mir mal geklaut. So Jenny, jetzt gib das Buch her, das reicht. Jenny. Aufhören. Nee, 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 nee. Ha. Ah. Alles klar. Oh, der ist so stark. Der Frau. Der Fönix. Sehr schön. Boah, haben wir geschafft, Leute. Haben wir gut geschafft. Hauswaffen nur eins, egal. Yole, yole. 51, naja, immerhin über der Hälfte. Und ne goldene Stein haben wir auch bekommen. Oh, Geschichte fortsetzen? Achso, weil es das letzte Jahr ist. Stimmt. Hm. Hm. Oh. Ach, bedüblich. Dobby, komm her. Nein, das ist nicht meins. Ich geh mal wieder. Dobby, komm mit. Kann ich das Buch haben? Ja, Malfoy, sie haben was vergessen. Hm? Ja, bitte. Ah, was soll ich mit dem Buch? Ach, hier, Dobby. Komm, öffne es. Ha. Dobby ist frei. Ah, guck mal, ist ja. Ach, guck mal, ist ja, okay. Bam. Hehehehe. Hahaha. Oh, Gott, der Hitz. Oh, Hermine ist wieder. Oh, Hermine, hallo. Ah ne, komm erst mal lieber. Na, Alter, schön, dass du wieder da bist. Hagrid ist auch wieder da. Ah, hallo Hagrid. Applaus, hört auf zu applaudieren. Ja, uhu. Ja, 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 ja. Leute, das war's mit Harry Potter das Jahr Nummer 2, die kann man erschrecken. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu zum Gefangenen von Azkaban. Ich bin gespannt, bis dann. Euer Kamil, haut rein und ciao.